Und los! Wir wollen jetzt drehen! Was ist hier passiert? Warte mal. Warte. Nein! Das wollen soll ich nicht laufen! Nein, einfach weiter! Bis Ende dieser! Und los! Ich probiere nochmal! Oh Gott! Und klar! Ich kann gerade nicht? Ja! Du hast die Tür noch mal zugegangen! Nochmal! Und... Jumpy! Los! Nein, Jumpy! Ich hab gedacht! Das will ich machen als Jumpy! Ich hab... 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 Ja... Meine Bock ist weg! Sorry! War wahrscheinlich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ein Stück Kalko... Oh... Ich hab... Ich hab... Du hast die Mutter von Isabel auf den Gewessen! Oh süß! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja... Claris! Quid pro quo! Geil Spastis! Ja... Mach einfach mal! Ja... Los! Hey! Was wollt ihr? Hä? Komm doch her! Die Suche! Also wenn das jetzt... ...dünn müsst haben... Nein! Also das wird so... ...und ein Spurworfelgen! Echt? Wie geil! Schau mal! Schau mal! Uh! Das sieht schlecht aus! Halte doch klein in der Hand die Waffe! Ja, ok... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Alle sprechen halt... ...reden auf dich ein... ...wirste... ...machen dich total... Ich bin so... Ey! Ja, sag alles so scheiße! Das ist so... Halte doch die Klappe! So kann ich mich auch halten! Ne... Hahahaha! Ja, du hast die Kamera geguckt? Ja, du hast die Kamera geguckt? Ja, halt! Wir machen den Soldaten! Ja, ja, ja! Alter, drecksache! Wieso haben sie dann das Licht angewiesen? Vielleicht... Ja, ja. Wir machen's nochmal. Ihr seht so aus, als wäre ja vor kurzem noch jemand hier gewesen. Was soll ich als letztes Tag sagen? Ich hab da so'n gute Gefühl. Ja, stimmt, ja! Ja, nett! Du bist mit deinem Kopf weggegangen, dann stand er halt hinten. Na gut, machen wir nochmal. Was ist das jetzt wieder für ne Scheiße? Gut. Also da steht ein Flügel, da steht nur... Ich steck mal auf Musik gemacht. James, gerne. Wieso? Hier rüber! Hier rüber! Hier rüber! Na komm mal her, du bist so blöd! Willst du da nicht die Zombies verjagen? Hast du ne Ahnung... Also ne... Hast du ne Ahnung, wie lange ich dafür geübt habe? Oh! So'n Klaus Rutsche war! Ja! Doch, mach! Echt? Wer hält das hin? Guck mal her, du bist so blöd! Komm, wir schauen mal hervorragend. Warum was ist das da? Hörst du vorstelle? 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 Ja... Ich hab nur gerade überlegt, was wir noch suchen gemacht müssen. Okay... Los! Vermutlich dein Vorstand. Hörst du vorstelle? What?! Wääh! Ehe! What?! Ehe! Ehe! What?! Sie- Ha-ha! Warte, ich muss doch... Sie nennen das neue Mittel I-Virus. Verdammt, das heißt IVE! Das ist kein Virus! Es ist ein Heilmittel! Ich kann mich so oft dran drehen. Ja, und dann guckst du hier so rein und dann drehst du dich um und dann... Isabel! Genau! Du auch hier! Du musst uns doch freuen, dass der kommt. Ja, Nadine. Ja, du... Wo ist die denn? Nicht laufen. Ich dachte, ich freue mich, dass du was sagst. Ach so. Warte mal, ich krieg dich nicht scharf. Du kriegst dich scharf. Okay. Noch mal. Ich zieh mir nichts. Nein! Okay, gut, gut. Guck, gut. Guck, gut. Ich hab dich doch zu, Kinder. So. Warum denn? Ja, nochmal. Okay. Na? Na los, Wind und gucken. Action! Weine, weine, komm. Das sieht aus wie so... Wie so eine Jungfrau. Wie so eine Jungfrau. Wie so überfordert ist das Ganze. Das ist immer der Coole. Weißt du, wenn eine wife kommt, dann so... So in der Art. Hast du schon Angst? Du kannst ein Zehn-Minuten-Video reinstellen von dem Coole. Das ist normal. Das längste Coole in der Welt. Das istabbau, attention. Und Sie die jetzt nicht. Ich ehkä nicht. roles. Santi hat dir die Gäber. Das war ein Alkma daily. Damalsahrt. Du bist als Harun, oder? ếnselster. Untertitelung des ZDF, 2020